Kann auch neun sein. Häh? Häh? Was ist da passiert? Häh? Oh mein Gott, wollt ihr wissen wie das passiert ist? Wollt ihr wissen wie das passiert ist? Mein Bruder ist in seinem Wohnzimmer, fünf Räume weiter, hat versucht seinen Controller, der bei mir im Zimmer war, bestellt, einzuloggen. Und wie kann das sein, dass das zufällig, dass er auf ruhemodus geht? Oh mein Gott, wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Oh mein Gott, wie kann sowas passieren? Wie viel Pace? Nein, ich bin auch noch mitten im Game geschaut. Ich habe Safe-Lose bekommen. Oh mein Gott, wie witzig. Ey, wie witzig das ist. Ich habe auch wieder gute Gegner bekommen. Die letzten zwei waren bei mir Safe-Elite am mindesten. Ey, ich habe verloren. Look. Sollen wir Eigentor machen für Elfmeterschießen, Freunde? Sollen wir machen Eigentor für Elfmeterschießen? Ich bin Ehrenmann. Ey! Ey! Oh mein Gott, das ist nett. Hä? Hä? Was?! Es gibt einfach Elfmeterschance! Einfach so! Und 2-0. Alter, was ist das? Alter, was ist denn das? Alter, was ist das? Der spielt auch Motorwart. Guck mal jetzt. Aber Müller auch in der ersten Halbzeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist Survival. Oh mein Gott. Er lädt mich zur Survival ein. Ey, was ist das denn, Chris, Junge? Aber ist in Ordnung. Ich hab mich schon gefragt, wo mein Mandy die ganze Zeit rumläuft. Und warum die da hinten so komisch stehen in der Viererkette. Jetzt ergibt das natürlich auch alles Sinn. Jetzt komm. Brasilien LF. Ach, nicht schon wieder so'n Scheiß. Den haben wir gestern auch gezogen. Diesen Kack haben wir gestern halt auch gezogen. Das ist der, das ist wenn man Comor bei Wish bestellt. Wirklich. Wait, wait for it. Guck mal. Warte. 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 Eben, Bruder. Er lässt mich immerhin da. Er macht einfach so. Wie über Deutschland. Oh mein Gott, was ein Tor. Huh. Mit Kante. Jungen, das war Eisel jetzt wirklich. Bitte einmal Props. Einmal Props bitte für mich. Bitte. Bitte. danscht. Egal Ecken Tor jetzt. Self Call. Ahhhh. No Front. Pick mir Clip. Einmal bitte. Und deinen Podcast auf volle Lautstärke zu drehen. Tippe auf Banner, um mit Google Horn loszuwegen. Uhhh. Jo, wahrscheinlich. Jo, ha ha, klipp das bitte, Digger. Alles klar. Nur mehr Hand. Schon mal davon was gehört. Ja. Boah. Digga, was hast du jetzt gemacht? Das tue ich mir nicht an. Fahndes Spiel, du, weil ich heute keinen Bock drauf habe. Ach, Digga, das war so ein easy Gegner, ey. Nee, das habe ich mir geschworen. Ich lasse mich nicht mehr vor diesem Spiel ficken. Ja, aber doch nicht nach drei Minuten. Doch, da ist egal. Alter, Digga, dann kannst du auch Farmsimulator spielen, bin ganz ehrlich, Digga. Eigentor, das ist bitter unfassbar. Neymar mit der Ecke. Schiff, schon wieder. Vandebig wird nicht... Junge, es funktioniert nichts in dem Laden, Mann. Ich habe unterstützt ihn einfach mal, Mann. Ich habe unterstützt den verdammten Sohn, Mann. Ja, aber der Kopf hat ja mal richtig krank. Guck dir das mal an, wie der in der Luft ist. Oh, ich bin mal ein Fernseher. Ist das... Jeder andere so Wolli, eher so Kopf. Digga, so ein Torbisch in meinem Leben noch nicht gesehen, ne? Einfach mit Ramos. Lauf doch raus. Ey. Bitte klebt es. Was? Was? Absolut. Was? 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 Bis zum nächsten Mal.